Wir sind hier in der kreativen Werkstatt Lobetal. Das ist eine Ateliergemeinschaft für Künstler mit Unterstützungsbedarf und Kreative. Das heißt, dass die Menschen, die hier künstlerisch arbeiten, entweder eine sogenannte geistige Behinderung haben oder eine psychische Erkrankung oder sonst irgendwelchen Unterstützungsbedarf. Meine Kollegin und ich bezeichnen uns als Künstlerassistenten. Das heißt, wir unterstützen die Künstler überall dort, wo sie halt Unterstützung benötigen. Ich finde, mein Job ist erstens unglaublich abwechslungsreich. Er hat was mit Kunst zu tun. Er hat was mit total spannenden Menschen zu tun. Also es ist wirklich eine totale Bereicherung zu sehen, was hier auch passiert. Das ist eine superschöne Arbeitsatmosphäre. Also es verläuft meistens ist das hier ganz ruhig, weil wirklich jeder sehr konzentriert ist. Ich arbeite hier auf. Untertitelung des ZDF, 2020